So, liebe Kameradinnen und Kameraden, wir, Christian, das ist hier mein Jungfeuerwehrmann aus Wester-Gellersen, und ich freuen uns heute Abend hier sein zu dürfen. Wir möchten kurz hier in der Nägelheit nutzen und viele Grüße aus Wester-Gellersen überbringen. Vor zwei Jahren hat unser Feuerwerk einen Ausflug hierher gemacht und den tollen Nachmittag hier im Boden-Werder verbracht. Unsere Kameraden aus Wester-Gellersen wollten ja schließlich auch mal dahin fahren, wo unsere Jungfeuerwehr ständig hinfährt. Ob Ausbildungsseminar, Schwimmwettbewerb oder Robby-Karennen, unsere Jugendlichen und wir Betreuer haben jedes Mal eine Menge Spaß und kommen gerne wieder. Unsere Berichte von den gemeinsamen Aktivitäten sind in der ganzen Republik bekannt, da sie vom Lauffeuer ein Magazin der Bundesjugendfeuerwehr gerne abgedruckt werden. Letztes Jahr war ein ganz besonderes Jahr für die Jugendabteilung der Feuerwehr Wunwerder. Aus der 1986 durch Michael Werm, Carsten Göhmann und Frank Bunzel gegründeten Jungfeuerwehr Chemnade wurde 1996 unter der Leitung von Gerald Göhmann die gemeinschaftliche Jungfeuerwehr Chemnade Wunwerder gegründet. Und das war noch nicht alles. Im Gründungsjahr 1996 fand auch das erste Mal euer erfolgreicher Schwimmbettbewerb statt. Auch euer amtierende Jugendwart Dominik Klingbeck ist 2016 ein Jahrzehnt an der Spitze der Jugendfeuerwehr Chemnade Wunwerder. Lieber Dominik, kommt doch mal bitte nach vorne. Und am besten da nach vorne. Elf Jahre Jugendfeuerwehrwart und seit 23 Jahren Mitglied in der Jugendfeuerwehr. Und das wäre, glaube ich, alles nicht so gekommen, wenn uns nicht Michael Bernd und später Gereich mit ihren Stellvertretern, Betreuerteams und Helfern mit so viel Spaß, Liebe und Begeisterung von der Feuerwehr überzeugt hätten. Vielen Dank an dieser Stelle. Lieber Dominik, anlässlich des 20-jährigen Jubbeums der Jugendfeuerwehr Chemnade Wunwerder, wollen wir dir im Namen eurer, deiner Partner, Jugendfeuerwehr Hamburg-Bestett-Horn, Ausleben und Wester-Gellersen noch ein Geschenk überreiten. Gestern erst und auch heute bekamt ihr von eurer Samtgemeinde Bürgermeisterin Tanja Warnecke viel Lob. Auf Facebook postet sie ein großes Lob an das Betreuer-Team. Gibt es ein spannenderes Hobby? Spiel, Spaß, Technik, Sport und soziales Engagement. Das ist super. Spiel, Spaß, Technik. Genau diese Worte haben wir in unser Geschenk verpackt. Unser Geschenk lässt sich gut verstauen. Es ist manchmal klein, manchmal groß. Es fühlt sich aber am wohlsten, wenn es steht und gesehen wird. Du kannst daran ziehen und es fährt von alleine wieder ein. Wenn es steht und das an der richtigen Stelle, bringt es euch neuen Nachwuchs. Dominik, du darfst jetzt als Erster daran ziehen. Ich muss nur noch kurz den Reißverschluss. öffnen und den Sack an die Seite legen und die Stange herausholen. Und dann darfst du jetzt dran ziehen. Also es ist jetzt klein, gleich wird es groß und du darfst tanzen. Viel Spaß damit. Ja, Kinder, du ziehst dich jetzt zwar nicht mehr, aber ich lasse dich nochmal stehen. Viel Spaß damit. Ja, ich bin jetzt noch kurz. 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 Vielen Dank.